Hey, willkommen zurück zu Pumpkin Days. Wir starten gerade eine neue Aufnahme bzw. ich starte eine neue Aufnahme. Ich hoffe ihr seid wieder dabei und wir gucken mal wie das Wetter werden soll. Es regnet leider nicht. Okay, mein Inventar sagt, wir haben eine ganze Menge Sachen die wir anbauen können und wir sollen ein paar Sachen abgeben. Zum Beispiel Hämateteisen. Da werde ich mal gucken, ob wir ein paar der Quest schon erfüllen können. Aber erst kümmere ich mich wie immer zur Sicherheit ums Feld, bevor ich es wieder vergesse und dann mitten in der Nacht hier nochmal arbeiten muss. Ich habe schon erwähnt, dass ich diese große Wasserkanne liebe und richtig cool wird es dann ab Diamant oder Meteor. Ich hatte noch nie, egal wie lange ich gespielt habe, hier in Pumpkin Days eine Meteor-Gießkanne. Ich könnte mir vorstellen, dass ich so ein Feld dann nur zweimal gießen fertig mache. Das wäre übelst cool. Die sind fertig, ich lasse sie mal aus hier rechts. Mal gucken. Erstmal ernten. Ja genau, das sind Kidneybohnen. Das sind keine dauerhaften Pflanzen. Das hat sich gar nicht gelohnt, die zu gießen. Ja, der Bauer wird schlauer mit der Zeit. Wird der Bauer schlauer werden seine Haare grauer oder mit der Zeit werden die Haare grauer und der Bauer wird ganz nebenbei schlauer. Na ja, sagt er, mit dem Alter kommt die Weisheit? Ich glaube eher mit der Erfahrung kommt die Weisheit, oder? Weil man nie irgendwas gemacht hat, kann man ja auch nicht lernen wie es geht. Nur theoretisch ist ja auch nicht das Richtige. Und dann hier nochmal. Reicht das? Ne, die ist leer. Schade, ich dachte das reicht noch. Okay. Wir können ja mal den Brunnen einpacken und den hier in die Mitte stellen. Ist auch unglaublich. Ist auch unglaublich anstrengend immer so weit zu laufen. So, hier hinten wächst der Mais. Der ist auch bald so weit. Habe ich eigentlich Geld? Zwei. Ist nicht viel. Vielleicht kriege ich jetzt Geld, wenn ich was abgebe. Ach, hier ist noch was reif. Guck mal, meine Camellias. Da werden wir wieder ein paar verarbeiten und ein paar gehen wieder in die Aussaat. Reganus auch fertig. Wir haben ja Kidneybohnen geerntet und da ich die nicht weiter brauche, werde ich versuchen die zu verkaufen. Ne, Moment. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich Brenit, Marble, Hematite habe. Ja, ich habe ja von allem nicht mehr so viel. Das heißt, ich kann die Quest gerade gar nicht abgeben. Hm, Honig habe ich. Ich habe nicht mal ein Hematit. Ne, tatsächlich nicht. Aber Eisen haben wir. Moment. Wie viel Eisen brauche ich denn? Kommen wir zur Seite. Okay, einmal Eisen brauche ich hier. Ein Granit habe ich auch. Ein Fisch für Tiere. Hm. Planken, die Pancakes. Honig. Ja, Marble und Brenit muss ich mir noch holen, ne? Das ist ein bisschen doof. Also, wir haben jetzt alles erledigt, was ich erledigen muss. Wir könnten jetzt in die Höhle gehen. Ach so, ich brauche ja noch eine goldene Pickaxe, ne? Uiuiui. Habe ich fast vergessen. Moment. Dann mache ich das mal jetzt zuerst. Und braunes Holz brauche ich auch ganz drin. Uiuiui. So, erstmal speichern. Nur zur Sicherheit. Ich bin da ein bisschen vorgeschädigt. So, dreimal Gold. Das können wir machen. Oh nein, ich wollte doch gar keine Gießkanne machen. Oh, schon ist gut, dass ich gespeichert habe. Uiuiui. Safe. Nein. Oh, Leute, ey. Geht nicht dreimal hintereinander zu spät schlafen. Auch wenn es nicht mit Absicht ist. Es ist nicht gut. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Gut, ich habe gespeichert. Zum Glück nicht einmal zu oft. Ich will eine Pickaxe. Ah, wenn die Aufnahme schon so anfängt, dann habt ihr heute bestimmt noch mehr Spaß mit mir. Dann mache ich bestimmt noch mehr Blödsinn. Also nochmal. Du machst jetzt eine Pickaxe und zwar drei Erze und zweimal Holz. Okay. Juhu. Sehr schön. Das heißt, wir können in die Höhle gehen, um unsere Quests zu erfüllen. So. Mach ich mal so. Der kann ja wieder weg. Der auch. Die geben wir ab. Am Beat. Wir können ja einen als Seed behalten und die anderen verkaufen wollen. Hier mache ich mal neun. Und die restlichen kommen jetzt erstmal hier rein. So. Und die können wir ja so ein paar behalten, falls wir doch mal Samen brauchen. Nickel brauchen wir diesmal nicht. Die können in den Verkauf. Ne, die wollten wir mit dem Fisch verarbeiten. Aber die Bohnen können in den Verkauf. Wir können ja nochmal ein paar Sitz loswerden, dann haben wir mehr Platz. Und zwar, die brauchen wir nicht unbedingt. Die wachsen nur im Sommer, die müssten wir jetzt mal auskriegen. Die können wir immer anpflanzen. Ja. Die werden später interessant. Dann lege ich mal das hier noch weg. Okay. Die gehen auch nur im Sommer. Oregano. Was mache ich denn damit? Das Basilikum. Dann behalte ich ein paar und der Rest kommt in den Mixer. Ne? Okay. Sehr gut. Dann bin ich soweit ausgestattet. Ich gebe jetzt erstmal die Quests ab, die gehen. Genau. Ohrfeiß wollte Honig und danach kann ich gleich einkaufen gehen. Die Bäume habe ich jetzt noch nicht gegossen, aber was soll's. Ist ja nur halb so schlimm. Ohrfeiß, ich komme. Danach gehe ich einkaufen. Juppie. Bist doch bestimmt hier. Warum ist denn dein Mais schon reif? Wow. Guckt euch das an. Pfeffer hat er auch, aber leider kann ich ihm keinen abkaufen. Okay. Whatever, nerd. Nerd. Er ist beschäftigt, ja. Okay. Gehe ich jetzt noch kurz zur anderen Farm. Oh, bei ihm sieht's so schön aus, ne? Oh, Blümchen. Ein bisschen extra Geld kann sein. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da lang. Ist hier noch Blümchen? Super. Dann kann ich mir noch extra Samen holen. Vielleicht hat er was Schönes. Vielleicht gibt er mir noch mal Dünger. Oh ja. Oh ja. Wie können wir ihm einkaufen? Ah. Okay. Also der fragt mich gerade nach zerkochtem Essen. Also wenn man die Balken nicht trifft, kriegt man ja dieses Desastertisch. Diese schwarze Pampe. Aber er könnte daraus, auch wenn er sich nicht selber beim Kochen dumm anstellen will, er könnte daraus etwas extra Dünger machen. So, da hat er es an der Tür geläutet. Ja, du kannst ja Koch das Essen haben. Gerne. Warum auch nicht? So. Bin mal gespannt, ob jetzt irgendwer irgendwas von uns will. Keine Ahnung. Ich erwarte eigentlich heute keinen Besuch oder keine Lieferung. Ich verkaufe mal die Blumen. Na. Und die können wir auch verkaufen. Dann nehmen wir mal alle bis auf 20. 23. Super. 23 ist auch okay. Was will ich denn? Was will ich denn? Bali haben wir. Rasperries könnten wir noch nehmen. Hm. Wir bräuchten ja immer neuner Felder. Dann hole ich mir vom Rest, ne? Fünf Stück. Naja. Hm. Dann mache ich es mal so. Ich verkaufe die hier alle. Und dann kann ich mir wenigstens noch einen Dünger mitnehmen. Okay. Die Haare ist nicht viel, aber ist in Ordnung. Wir müssen es ja nicht perfekt machen. Dann kann ich die noch anpflanzen und dann ist gut. Ja. Welche von den Sachen gefällt mir denn am besten? Also Bali müssten wir anpflanzen, damit wir endlich mal die Brauerei kriegen. Aber andererseits Sommerpflanzen anpflanzen macht ja auch viel Sinn. Hm. Wenn man sich nicht entscheiden kann, ne? Aus Blackbeans können wir nicht so viel machen. Aus Kamea schon. Aber Raspberries bringen auf Dauer was. Also pflanze ich die jetzt hier mal an. So. Und den Rest Camellia. Dann ist das Feld voll. Sie ist ein bisschen K.O. Wird ihr eigentlich ausgesprochen oder so? Ne, das ganze Jahr wachsen die. Okay. Da brauchen wir uns ja keine Sorgen machen. Die können wir immer noch anpflanzen. Und hier machen wir mal aus einigen noch Tee. Nur zur Sicherheit, falls wir die jetzt in der Höhle brauchen, diese extra Energie. Die Kuh ist so süß, ne? Ach, immer wieder Knudel, Knudel. Oh, Long-Tee. Drei Sachen. Okay, immer noch ein bisschen Rotentee. Schwupp. Irgendwie zu einfach, aber naja. Okay, jetzt mal ab die Quests weggeben. Wir haben noch Eisen. Schwester Abigail. Die ist diesmal nicht am Schlafen. Und Granit für Thanos. Thanos ist in der Nähe. Dann gehen wir da zuerst hin. Super, sind wieder zwei Quests, die weg sind. Und den Rest müssen wir aus der Höhle beschaffen. Das wird ganz schön heftig. Ich weiß nämlich nicht, ob es möglich ist, so schnell Granit zu finden. Aber die Zeit sagt mir, wir müssen die Folge jetzt erstmal beenden. Die Quests geben wir gleich ab. Bis zur nächsten Folge, eure Bionalu. Ciao. Ciao. Ciao.